Wir können natürlich auch weiter rennen. Ich wollte gar nicht so neu. Bleib mal hinten, bleib mal hinten. Alle was kommt. Um. 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 Wir müssen kämpfen. Nein, müssen wir nicht. Sind sie sicher? Wir müssen sie einfach nur in seinem Sichtfeld laufen. und jackies er spallert alles weg ich renne hier mal ganz gemütlich bisschen rum ich werde mir jetzt nicht die handy schmutzig wo schießt du hin und jetzt check ein bisschen helfen da ist doch gar keine 8 da oben ok prinzip brauche ich den gar nicht zu helfen ich soll ja nur ins sichtfeld ich helfe ihm aber so glücklich unter strom gesetzt ist merkwürdig wasser ist und dann unter strom gesetzt werden das ist wirklich sehr merkwürdig ok ich gucke welche massen welchen machst du ich denke mal den da das heißt wir müssten auf jeden fall hier hoch laufen hier kann ich nicht ok sagt gefunden jetzt nicht oder das flaschen zu wo kommst du auf da ja ok ja 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 gecheckt da hoch ja 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 der kriegt wieder hoch ok was ist das für eine kiste bomben die brauchen wir auch ich glaube die ist eher für die barriere geduld nenne die sind schon für die großen jährige da also ich kann die ohne bomben ok lasst das shaker erledigt er hat die bessere feuerkraft wir müssen sie einfach nur in seinen schuss ok ouch Ich hab Geld bekommen. Echt? Ach, Jack ist da oben. Der lässt gleich wahrscheinlich noch eine Kiste runterfallen. Laufende Seepocken. Aua. Ist der das weg? Was denn? Aua. 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 Wir haben alles in Kürb. Ja. Ja, ja. So, falsche Bombe. Äh. Bartas? Vorräte. Ja, jetzt. Immer noch ein paar. Ich brauche Hilfe mit dem Mast, also gehe ich davon aus. Einer von uns muss nach oben zu ihm. Ähm, ja. Gute Frage. Kommst du auf das Schiff drauf? Ja, kommt mal, oder? Nee. Ich weiß gar nicht. Nee. Warte. Da sind Seile. Sind die irgendwie angeschnitten? Kann man die... Nein, man kommt auf das Schiff nicht drauf. Nee, ne? Okay, Jack. Ich helfe dir. Irgendwie... Ich muss noch rausfinden, wie... Ich muss noch rausfinden, wie... Er steht da oben. Der Mast muss nach unten. Äh. Der Flaschenzug ist da oben. Das Seil kann man nicht abschießen. Nein. Irgendwas muss man jetzt machen. Lass uns auch mal ein wenig mit unserer Schlauigkeit wieder agieren. Nein. Ich bin ja nicht da, oder? Okay, aber ich... Wie ist denn? Oder? Da oben ist ne Flaschenzug. Wir müssen irgendwie da hinten hoch. Richtig. Da kommen wir aber so nicht hoch. Die Frage ist... Wir müssen irgendwas von hier unten machen. Den Flaschenzug kann man so nicht... Nee. Das ist natürlich jetzt schon wieder anders belastend. Naja, also hoch kommt sie hier neben uns so. Wir müssen irgendwie auf diese Seite, um an diesen Flaschenzug da hinten zu kommen. Das hier kommt. Äh, das funktioniert auch. Ah, warte mal, wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Ding hier runterkriegen. Und das geht nur auf der Seite, denke ich mal. Ach, jetzt können wir den Flaschenzug nutzen? Ah. Okay. Jetzt kann man den Flaschenzug nutzen, das konnte ich nämlich eben nicht. Also ich kann es auch nicht, ich kann es nicht runterziehen, ne? No, du kannst nur drehen. Damit wir wahrscheinlich, äh, ah, jetzt geht er drüber. Jetzt kann er die Kiste runterholen. So, Kiste öffnen. Ach so, das Proviant, Kugeln und alles drin. Was wir jetzt auch wieder brauchen werden. Lustig. Hahaha. Lustig. Ich möchte es nur angemerkt haben, aber ich bin am sterben. Glaube ich. Warum holst du dir nichts zu Dingern? Ich habe doch. Ich habe genug, danke. Okay, gut, dann habe ich nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Aua. 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 Öffne dich, stopp. War schon, Zeit zu sterben. Nein, sie lernen es nicht. Was ist das? Hallo? Das war gemein mir. Ja, ich weiß. Das war richtig gemein. Ich weiß. Oh Mann, ey. Ich bin mal weg, wir haben einen Moment. Da. Ich habe keine Brandbomben mehr hier. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Oh Gott, oh Gott. Das ist echt lästig hier, ne? Ja, das ist immer. Okay, der ist tot, der Dicke. die wille haben wir noch nicht so was das weiß ich nicht auch es 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 wir helfen check mal ich kann ich auch nicht weil ich keine munition ab ich kann auch das schießen auf die bringt auch nichts da ist der gold sonder ab marsch wir kümmern uns ich habe noch diese brandbomben mein gut okay hat sich lange was von mir gefallen das kümmer er kann und stefan sind oder Oh, shit. Autsch. Oh, Mann, ey. Meine Hand ist eingeschlafen. Frag mich jetzt bitte nicht wie, ja? Jo, alles klar. Die sind jetzt aber richtig unangenehm, ne? Au! Oh, diese epische Musik, ne? Komm. Ich hab mal wieder keine Kugeln mehr. Ich kümmer mich mal hier um den Typen. Ist der tot? Er hat sich schon reingekraben, oder was? Naja, ist bei mir. Okay, ja. Ja, der hat sich reingekraben. Guck mal, der schmeißt Geld raus. Okay, ich seh da hinten was leuchten, das will ich haben jetzt. Das ist der Stau. Ja, ich weiß. Ich will ihn trotzdem haben. Hinter dir ist noch so ein Ding in hier. Ja, ich seh's. Ich seh's. Ach, wer ne Wucht, er leckt mich am Arsch. Ah, wenn er Geld rausschmeißt, kommen die Viecher wieder. Na, wie viel AP hat denn der Ding noch? Ich hab keine Ahnung. Ich hab' den Bosskämpfe, die wir in der letzten Kapitel hatten. Die waren so schnell vorbei. Okay, ich hab' den Bosskämpfe, die wir in der letzten Kapitel haben. Ich hab' den Bosskämpfe, die wir in der letzten Kapitel haben. Ich hab' den Bosskämpfe, die wir in der letzten Kapitel haben. Ich hab' den Bosskämpfe, die wir in der letzten Kapitel haben. Ich hab' den Bosskämpfe, der hat so ein Ding ausgeschaut. Wow. Er ruft den Goldsammer zurück. jack alles gut m m wenn wir ihnen helfen die zählen m und die gefällt mir doch hier so wo ist denn der flasch hier hier so sein ja gut gemacht okay wo ist er hin was passiert gerade wo ist er hin war da oben oh ja noch ein bitte jetzt kommen die kanonen ich auch eine kanone kannst du da pistole spielen ich darf nicht da steckt seine kanone ich habe keine kanonen wir haben es geschafft weiß ich nicht bin mir nicht so sicher sehr gut wie herr fändisch was das ist so der versunkenen sorgen wir sind fertig was ist das denn für eine pistole ich will es gar nicht wissen ok ok das heißt wir können jetzt wieder zurück und wie kommen wir wieder zurück wir haben es geschafft das ging ja das ging sehr gut das ist eine sirene ich trau den füchern nicht mehr ich traue ihn nicht mehr ich schwöre ne ich scheiß dir gleich in die ruse das schwöre ich dir ne kannst du das denn ich scheiße bei dem das bestimmt nicht in die ruse ich will einfach nur den scheiß roten haben mann ey was ist das denn da hinten hm war nix kann es sein dass wir da als nächstes sind müssen wir müssen zum außen posten ne das ist einfach nur ne wolke ja klar ja außerdem können wir doch nicht hinfahren weil die mission nicht gestartet wurde hm 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 das ist der gute flame hart muss doch dass er mir bekannt vorkommt der dude das ist kein flame hart beim piratenkopf ja wuppe du weißt wieder alles besser juhu so ich mach jetzt kurz pause wuppe fährt er das schiff und weiß alles besser na klar ja 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 ja